hallo 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 ist jemand da irgendjemand vielleicht na gut dann mache ich das halt alleine hier genau wir müssen noch den orbit erreichen wenn ich mich nicht irre und ich irre mich nie dann müssen wir den orbit erreichen dafür holen wir uns mal hier die den reliant den wir sowieso nicht einsetzen weil der swivel hier viel besser ist ist eigentlich sonst lvt 45 und das ist auch lvt 30 aber ich glaube die haben ansonsten sehr ähnliche werte der hat ein bisschen hat ein gimball also kein der kann nicht der kann nur in eine richtung feiern also keine steuerungsmöglichkeit so die frage ist wenn wir in orbit kommen ob wir vielleicht sogar direkt das hier nutzen wollen wir werden auf jeden fall ein paar werden wir wirklich viel daten viel neue daten bekommen ich glaube nicht deswegen würde ich lieber das hier nehmen dann kann man vielleicht das brauchen wir gerade nicht das auch nicht ich nehme mal basic science was das überhaupt high gain antenna cool muss ich noch mal gucken wie das genau funktioniert ich glaube das ist jetzt sowieso erstmal nicht relevant weil wir nur bemannte missionen machen kann ich schon ist jeppe daher schon zurück von sein von seinem unterwasser abenteuer und scheinlich wir haben auf jeden fall die möglichkeiten weiter in auftrag anzunehmen was machen wir denn da das sind die alles so surveys touristen touristen machen wir noch nicht auch nicht das ist auch doof das gefällt mir nicht na gut dann machen wir es halt so und ich würde sagen wir verbessern noch mal hier unsere ikarus mark 1 5 folgendermaßen ist nur ein kleines upgrade jetzt mark 1 6 ich könnte auch hingehen und das hier so machen damit kriegen wir auf jeden fall in orbit hin denke ich so gibt mir hier wo ich muss niesen oh gott ja ja oh je ah so oh je tschuldigung achso wir haben ja auch seitliche die kappler jetzt ne ich versuche das mal so ich versuche einfach mal ein bisschen ich habe wie gesagt lange nicht mehr gespielt und hab beim pong neu gestern gesessen und der hat ein bisschen gespielt habe mir gedacht mensch könntest du mal wieder machen ich habe gerade zeit und deswegen mache ich das so pong streamt gelegentlich vorbeigucken kennt ihr bestimmt schon th3p0ng so schreibt er sich ähm cool wir haben eine service bay ah warte mal ich wollte ja auch noch das andere experiment hier mitnehmen was ist das hier experiment kann ich das aufmachen after that was ist das denn das ist ja verdammt cool das heißt da kann man die experiment daten reinpacken und kann zum beispiel wenn man an einer raumstation experimente macht aber nicht alles zurückschicken will nur diesen container zurückschicken wie cool ist das denn bitte verdammt ich habe wie cool ist das denn bitte gesagt ähm egal so wir machen hier unseren science junior kollegen dran äh und verlagern diese experimente hier hier hin so mystery goo ja ich weiß gucken wir mal ich glaube da können wir sowieso nur noch äh so ist das eigentlich noch mal mittig kommen wir sowieso also wir sind jetzt sowieso also ich glaube wir kriegen keine neuen biome mehr damit ähm aber wir können ja auf jeden fall nochmal hier den äh das barometer das haben wir ja jetzt das haben wir ja nur also das haben wir ja gerade nur in der atmosphäre äh ausprobiert und nicht wie beim flug den ich zurückgesetzt habe in dem äh im orbit also außerhalb der atmosphäre das heißt das können wir auf jeden fall nochmal machen ähm so das heißt das hier kommt weg na vielleicht mach ich doch sogar zwei davon ich weiß nicht ob ich da da können wir so voll gut ähm voll gut zu und dann brauche ich aber glaube ich noch ein bisschen mehr Fallschema das ist mir gerade alles ein bisschen zu eng gewesen ähm und zwar hier so einfach so ähm joke shoot zwei davon bitte so cool ähm und eigentlich möchte ich die hier vielleicht sogar per Hand erzünden haben wir alles ich bin mal gespannt wie das jetzt hier funktioniert äh das ist die Icarus Mark 1 6 auf geht's auf geht's und dann Turner du schaffst das ich glaube an dich ähm kurz nochmal überprüfen ob alles in Ordnung ist ich glaube ja und dann ähm Z Leertaste und ein bisschen kippen das kippen ist aber ganz schön anstrengend ich glaube wir kriegen kein Orbison das ist nach wie vor suborbitaler Flug vor allem weil ich hier auch nicht weiter einbringen kann man kann hier sehen ich äh lenke voll ein aber das Ding ist zu gerade äh zu aerodynamisch nein so kriegen wir kein Orbison aber gut äh wir entkommen ist bestimmt die Atmosphäre oder so das war nicht so cool okay aber äh noch ist nichts verloren wir können ja einfach mal hier das machen dann machen wir das aus der oberen Atmosphäre hier haben wir ein Cool Report schon gemacht ne ne cool ähm Gu haben wir schon in der oberen Atmosphäre aber das hier haben wir auch schon in der oberen Atmosphäre machen wir gleich mal Temperatur und Druck äh jetzt nämlich zack und zack und das hier machen wir gleich bei der Landung genauso wie den wie den Gu Container so mal gucken wie weit waren wir denn weg also wir waren ganz schön weit weg viel zu hoch ähm ja ja das äh muss anders noch muss noch ein bisschen anders warte mal was ich mich was mich gerade interessiert ist wir haben ja jetzt kann ich das hier senden ja warum kann ich das senden ist hier eine Antenne drin hier ah ja 5k was heißt das was heißt das bitte muss ich nochmal ich guck da nochmal genau rein wie das äh was hier so funktioniert ähm also wie das funktioniert mit dem mit den Antennen und den Daten übertragen und so guck ich nochmal genauer rein boah ich muss mich wieder dran gewöhnen mir ist aufgefallen wenn ich ich irgendwann wenn ich solche also ich hab jetzt lange nicht mehr genau das meine ich ich hab jetzt lange nicht mehr Videos aufgenommen und ich vergesse äh einfach vernünftig zu sprechen und zwar so zu sprechen dass man mich versteht also das ist echt anstrengend und man verlernt das auch wieder ok aber da komm ich wieder rein alles gut Türen zu es zieht Türen zu ähm es zog und gut dann fallen wir mal erstmal wieder zurück aber es war ein neuer Höhenrekord wobei ich nicht glaube dass das zählt äh ups andere Richtung diese Richtung so obwohl eigentlich könnte ich das hier so machen auf Wiedersehen mach's gut und danke für den für den Fisch so Hitzeschild haben wir hier ne wenn ich SRS ausmache dann ne gefällt mir nicht wie sich das Ding dreht egal na komm cool äh kann ich vielleicht von hier sogar schon so eine kleine Messung vornehmen 8,4 bei flying with carbon cool ich sag jetzt auch die ganze Zeit cool man gewöhnt sich immer so so ein paar Sachen an die man dann sagt und das fällt einem dann das fällt einem dann äh stößt mir persönlich dann so komisch auf seltsam äh ich mag das nicht so gut ähm crew report haben wir auch noch nicht genommen doch haben wir wohl genommen aus der oberen Atmosphäre gut das behalten wir ich kann mal gucken ob ich gleich noch EVA hinbekomme und ähm die Daten auch sammeln kann vielleicht noch einen weiteren crew report hier im Meer machen kann das wäre ganz cool gut soweit so gut was haben wir hier splashed into the ocean haben wir ja noch gar nicht erst kurz davor ja komm 200 meter 200 meter äh platz so jetzt nämlich ähm EVA take data EVA report zack zurück an board und crew report cool ich hab schon wieder cool gesagt schlimm ist das ich sag einfach gar nichts mehr das gab auf jeden Fall ordentlich forschungspunkte nämlich 61,9 äh wir haben ein bisschen Geld zurückbekommen ähm warum kriegt die wann kriegt die das nächste mal eigentlich Punkte ich weiß es nicht ich dachte er hat eigentlich gehofft dass die schon irgendwie Level 1 oder so ist haben wir hier irgendwas Neues irgendwas Schönes irgendwas was ich machen kann das sind noch die gleichen Aufträge wie vorhin naja so dann müssen wir mal gucken wie wir der Atmosphäre entkommen das Problem gerade war dass die Rakete hier sehr lang ist und hier unten diese Stabilisierung hat äh das Ding feuert nur gerade nach unten das heißt man kann das am Anfang der äh des Fluges kaum kontrollieren ähm aber wir haben ja jetzt Forschungspunkte gesammelt vielleicht können wir da irgendwie was zurecht basteln wir wir müssen auf jeden Fall mehr mit den äh mehr mit den normalen Triebwerken also nicht mit den Solid Fuel Boostern arbeiten sondern mit den ganz normalen Liquid Fuel Engines ähm gut das heißt ich könnte aber mal das hier basteln da haben wir nämlich das um den Orbit zu erreichen cool ich hab schon also also unfassbar ich will das nicht ich will nicht ich will das einfach nicht so das bedeutet aber dass wir eventuell das Design ein bisschen umschmeißen das haben wir nur in der Atmosphäre getestet ne hier den Container gerade das heißt das ist die 2 0 Version die jetzt kommt mit einem Treibstofftank hier einem Antrieb hier einem Dikappler da also nicht da sondern da und drei Antriebe äh drei Treibstofftanks da dann nehmen wir das Ding ist leichter und hat einen höheren Schub hier 205 Kilonewton bei in der Atmosphäre ähm und zwar Sea Level und 240 Kilonewton im Vakuum und das hier hat viel weniger gelandet und ein bisschen weniger im Vakuum von hier ist es gleich viel weniger ungefähr ne also das heißt 310 die die Effizienz wird ja hier durch den spezifischen Impuls angegeben das sind in der Atmosphäre 265 und 310 im Vakuum und hier sind es 320 im Vakuum achso weil es hm weiß ich nicht und 250 ich nehme einfach das Ding hier da fühle ich mich sicherer mit so vielleicht werde ich aber komplett darauf verzichten hier in die Mitte zumindest na lass mich das ein Solid Fuel Booster zu bauen und bastel stattdessen radial hier dran wie ich das schon häufiger mal getan habe zwei kleine Booster ein bisschen tiefer so dann machen wir hier ein paar Nasen drauf okay die feuern alle gleichzeitig das hier und das funktionieren zusammen und das ist dann der Wiedereintritt hier diese drei Phasen gut ist eigentlich die Musik ein bisschen zu laut machen wir ein bisschen leiser und gucken ob es besser ist so Pilot haben wir irgendwas was ich vergessen habe ich habe bestimmt irgendwas vergessen achso ja ich habe was vergessen und zwar würde ich hier ganz gerne trotzdem Fins dran machen vier stück einfach für die Sicherheit und dann gucken wir mal wie das funktioniert in dem nächsten start der jetzt gleich direkt kommt das hier müssen wir noch außerhalb der atmosphäre testen oh ich habe jetzt gar nicht ach verdammt jetzt habe ich vergessen hier das barometer oder habe ich das barometer ich habe beide barometer benutzt okay gut ähm launch können wir unser launchpad aufwerten ja können wir haben wir mission nein immer noch die gleichen also gib mir die Icarus Mark 2 Valentiner Körmann sitzt an Bord ja die anderen müssen leider noch warten ich nehme erstmal nur Piloten mit so ich mache ungefähr hier ein drittel Schub ist das ein drittel ja das ist ein drittel denn je niedriger wir sind desto ineffizienter ist dieser ist dieser Antrieb und desto weniger will ich den eigentlich nutzen ich will den nutzen wenn ich ein bisschen höher bin dafür habe ich ja diese beiden Kollegen sobald die beiden weg sind wir gucken einfach mal wir gucken einfach mal ich habe aber hier noch keine Druckmessung vorgenommen mache ich mal schnell und ich habe hier auch noch keine Temperaturmessung vorgenommen so soweit so gut mal gucken auf geht's start in 321 bisschen kippen so 150 meter ist schon gar nicht so verkehrt hier für die Höhe 150 meter pro sek entschuldige geschwindigkeit erst mal ungefähr halten so bisschen schief geworden der ganze start aber egal nicht zu nicht zu sehr eigentlich sollst du nur kippen ein bisschen ich glaube so ist schon ganz gut ein bisschen korrigieren hier vollgas wir sind in der oberen atmosphäre unsere aproapsis liegt bei 30 kilometern das ist gut ich weiß nicht ob wir es hinkriegen ob wir in orbit jetzt mit dem gefährden hinkriegen ich muss halt erst mal wieder in das ganze spiel reingucken ihr wisst ja vielleicht wird das ein bisschen hier nach osten korrigieren aber nicht so richtig ich mache mal SHS an ja wir sind sehr schnell unterwegs das ist nicht schlimm wir sind ja in Gefilden wo der wo die Luftreibung jetzt nicht mehr so so wichtig ist das ist die Luftkompression die hier die Hitze verursacht nicht die Luftreibung das sieht aber gut aus das sieht sehr gut aus wir erreichen eine Höhe von 120 Kilometern die Atmosphäre endet bei 70 Kilometern wir haben noch ein bisschen Treibstoff drin den werde ich nutzen um diese Trajektorie hier so rund wie möglich zu machen wird wahrscheinlich nicht funktionieren aber dann kann ich den Treibstoff hier ein bisschen effizienter nutzen als wenn ich jetzt hier weiter Gas gebe also Timewarp bis zur Apoapsis ungefähr also bis kurz vor die Apoapsis so ungefähr Treibstoff brauche ich in der Übersicht nur die aktuelle Stufe dreh dich dreh dich hätte ich vorher vielleicht machen sollen so jetzt sehr gut das ganze mal kurz abtrennen das mache ich von hier aus allerdings weiter haben genug Treibstoff um nachher wieder zurück zu kommen und wir werden den Orbit erreichen sehr schön so die Periapsis bringen wir auf 100 Kilometer wir haben noch massig Treibstoff an Bord und dann schmeißt du mal die Experimente an 25 forschungspunkte haben wir hier noch irgendwas haben wir jetzt schon eigentlich oft genug gemacht 2,3 die nehme ich aber trotzdem hier die daten haben wir schon genommen das eine barometer hatten wir schon das hier hier haben wir aber auch schon ok also Türen zu We have entered Orbit Orbit Körbin Orbit Körbin sehr gut wir machen eine Umdrehung würde ich sagen während ich hickse ha hat keiner mitgekriegt warum habe ich da eine Verbindung hin und da ok gut ist ja nicht schlimm so naja ich mach nicht den ganzen Orbit hier an dieser Stelle werde ich mal den Treibstoff ballern und zwar so 35 Kilometer da kommen wir relativ flach rein sehr gut Türen zu ändert eh nichts aber egal ähm die levelt bestimmt und äh das heißt wir haben noch ein mystery goo container ne den habe ich vorhin benutzt ne weil der noch 2,4 sims gab aber wir haben hier noch das barometer das ich äh bei der landung nachher testen werde jetzt erst mal zurück ne andere richtung diese richtung ok ähm ja ich habe hier noch ein bisschen Treibstoff drin ich könnte den nutzen um mich abzubremsen aber das brauche ich nicht ich frage mich ob ich mit dem Treibstoff mit der Rakete so vielleicht sogar schon zum Mund gekommen wäre äh zum Minbus äh ja ne vielleicht ein Flyby oder so hätte man hinkriegen können probieren wir beim nächsten Mal aus jetzt erst mal den Wiedereintritt machen und mit machen mal nicht hinter uns bringen oh nein meine Nase oh was ist denn nun los mit meiner Nase na oh je ja pass auf ich spreng das Ding ab und drehe mich hier rein das ist nicht stabil das liegt daran dass der Schwerpunkt wahrscheinlich hier vorne irgendwo so ist und das orientiert sich so dass der Schwerpunkt hinten liegt wegen der Trägheit der was war das was ist da los wegen der Trägheit orientiert sich das ja so dass der Schwerpunkt hinten liegt und äh der Schwerpunkt ist wahrscheinlich hier irgendwo oder relativ in der Mitte sodass wenn ich hier den ähm den Stabilitätsassistenten ausschalte sich das äh der natürlichen Haltung entsprechend orientiert und die natürliche Haltung ist dann offenbar nicht ganz definiert hier deswegen wobbelt das hin und her ich lasse SRS lieber an und äh aus meinem Nieser ist auch nichts geworden jetzt ne das ist ein bisschen unangenehm weil es kribbelt in meiner Nase oh ich hasse meine Nase ich mach Dinge ja hier haben wir nichts mehr ähm das ist ne das ist die körper körper enzyklopädie körper kosmonautica oder so ja wir kommen hier auf jeden Fall recht flach rein das heißt wir verbringen sehr viel Zeit hier in dem Teil der Atmosphäre der uns gar nicht so sehr abbremst aber äh doch ordentlich aufheizt deswegen ist es ganz gut dass wir hier den Hitzeschild haben ich würde ganz gerne in die dichtere Atmosphäre ist das der Container hier ja bisschen ungünstig gedreht so wir fliegen auch hier an der Wüste vorbei und werden wahrscheinlich hier irgendwo landen ihr seht es ist das wenn ich hier ein bisschen rumwackele dann versucht das dann hat das die Neigung sich komplett zu drehen was nicht gut ist das ist nicht stabil in dieser Flugposition das sollte ich ändern das sollte von dieser Stufe der Schwerpunkt möglichst weit oben sein damit das einen stabilen Wiedereintritt hat so und jetzt werden wir richtig gebremst hier wenn ich SIS ausmache dann wobbelt das hier ordentlich rum ist keine keine stabile Angelegenheit äh die beiden können schon mal raus und den anderen Fallschirm öffne ich erst bei 5000 Metern oder so mache dafür aber die Zeitbeschleunigung wieder aus weil ich dem Ganzen nicht traue mit der Zeitbeschleunigung dann wird ja die Physik-Simulation auch ungenauer und dann passieren manchmal seltsame Dinge wisst ihr ja schon habe ich alles schon mal erzählt kümmert euch nicht um das was ich erzähle äh das stimmt wahrscheinlich eh nicht so die letzten 700 Meter und Wellenthaler freut sich können wir mal reingucken das finde ich echt ziemlich cool dass das so geht ist das ein Schornstein hier Kamin Sitzheizung oder was ist das ah ja 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 warum wackelt das denn so wahrscheinlich weil ich so nah ran gesund war hatte so äh hier ach so wir haben noch die Physik-Simulation äh die Beschleunigung 4,8 Forschungspunkte gibt's hier fast gratis dazu Crew Report haben wir zwar schon aber ist ja egal ähm ja das war eigentlich einigermaßen erfolgreich 48,1 Forschungspunkte wir haben ein bisschen Geld wiederbekommen und Valentiner ist Level 1 das ist verdammt gut das heißt beim nächsten Mal werde ich meine Forschungspunkte ausgeben und ähm genau ihr vergesst bitte nicht mir zu schreiben ob das in Ordnung ist also ich werde jetzt nach dieser Aufnahme hier nach dieser Folge eine Aufnahmepause einlegen wenn alles gut läuft ich will nichts versprechen äh gucke ich dass ich wöchentlich auf jeden Fall irgendwie was raushaue dazu und äh schreibt aber mal bitte in die Kommentare ob das in Ordnung ist wenn ich weil wir ja jetzt in der Staffel noch sind und eigentlich schon ein bisschen weiter waren ob ich ob das in Ordnung ist wenn ich Offscreen äh ein bisschen was mache was wir beim letzten Mal erledigt haben und ähm ja vielleicht es ist ja auch sinnvoll wenn ich eine Folge mache wo ich also wenn ich halt ein paar Sachen mache und dann mache ich eine Folge wo ich das so ein bisschen zusammenschneide es wäre auch noch eine Möglichkeit äh schreibt es einfach mal rein ansonsten freue ich mich wenn ihr immer noch hier seid auf diesem Kanal auch wenn hier lange nichts mehr passiert ist ähm schön dass ihr noch da seid ich habe Spaß ich hoffe ihr auch und wir haben einen Weltrekord macht's gut bis zum nächsten Mal ciao 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 Vielen Dank.